21. August 1914. Emils Regiment wurde gegen die deutsche 71. Division unter Baron von Dorf ins Feld geschickt. Die anfängliche Begeisterung wich nach den ersten Kämpfen einem Gefühl der Angst. Das kennt man ja so oft im Kriegen. 21. August 1914. Es geht also los, wir ziehen in den Krieg und wie gesagt, man kennt das so oft im Kriegen, dass zu Beginn alles wie ein großes Spiel wirkt, doch sobald den Soldaten dann die bittere Realität wirklich wahr wird und sie das fassen können, ist es nur noch eine Tortur und eine Schlacht gegen sich selbst, gegen die Bedenken, gegen das Graue. Und wir müssen jetzt los, losziehen in den Krieg. Auf geht's, Jungs, kommt schon. Und da wartet der Baron auch schon, der deutsche Fritz mit seinen Maschinenpistolen. Oh, oh, oder Artillerie. Oh, 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 und dass nur gut kommt. Er kommt schon. Oh, da kommt einer mit Zniebombe. Alles klar, da müssen wir ausweichen. Na los, schon. Kommt schon, Jungs. Achtung. Oh, das wird knapp. Und da hat es uns schon zum ersten Mal erwischt. Oh, mein Gott. Das war wohl nix. Wir müssen das nochmal versuchen. Na los, weiter geht's. Wir müssen hier nach vorne ziehen, nach vorne ziehen. Wir dürfen nicht nachlassen. Da kommen wir durch. Jawohl. Weiter geht's. Dann kommt schon. Unser Anführer zeigt es vor, wie es geht. Voraus. Immer weiter ziehen. Jawohl. Hinten, die Dörfer schon. In Schutt und Asche. Nein, 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 nein. Da haben wir bereits unter der Anführer verloren. Und trotzdem muss es weitergehen. Die Maschinenpistolen salven natürlich hier. Hier müssen wir vorhanden. Nicht ins Feuer reinlaufen. Oh, was für ein Schlacht hier. Überall Leichenteile. Rauch. Sirenen. Tote Zerstörung. Und wir müssen einfach immer weiter marschieren. Wir müssen immer weiter ziehen. Auf keinen Fall stehen bleiben. Nur so können wir überleben. Oh, das war knapp. Das war knapp. Weiter geht's. Nur sehr wenige Überlebende. Aber wir ziehen da durch. Wir haben es überlebt. Überstanden. Oh, was ist das? Oh, nein. 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 Es hat uns erwischt. Da liegt Emil. Im Regen. Getroffen. Zu Boten gegangen. Was wird nun aus ihm werden? Und da ist natürlich Karl auf der Gegenseite. Mademoiselle Marie Chayon. Soldat Emil Chayon aus dem 150. Infanterie-Regiment wurde am 21. August 1914 durch gegnerisches Feuer verwundet und musste sich dem Feind ergeben. Wir hoffen, dass sie baldigst Nachricht von ihm erhalten. Was für eine schwierige Situation alleine zu Hause und dieser Brief. Ich möchte nicht in dieser Haut stecken. Freddy, ein in Frankreich lebender Amerikaner, meldete sich gleich zu Kriegsbeginn freiwillig zur Fremdenlegion. Hinter seiner Kühnheit verbarg sich ein Mann, der von den Schrecken des Krieges gezeichnet war. Ein Mann, der nur an eines dachte. Jene zu strafen, die sein Leben zerstört hatten. Freddy ist da so. In der Schlacht an der Marne fand Freddy schließlich eine Spur des Regiments, das von Baron von Dorf befähigt wurde. Mit Freddy sind wir also auf einer Art Rache-Mission. 7. September 1914. Und da leuchtet schon wieder etwas auf. Was haben wir denn hier? Französische Identifikationsmarke. Nach der französischen Niederlage gegen die Preußen 1870-1871 wurde 1881 die französische Identifikationsmarke mit dem Vor- und Nachnamen der Soldaten, dem Jahr seiner Einberufung, seinem Geburtsort und seiner Erkennungsnummer eingeführt. Die Hundemarken wurden benutzt, um die Gefallen auf dem Schlachtfeld zu identifizieren und dem Problem der vermissten Soldaten und unidentifizierten Leichen beizukommen. Wir haben auch noch neue Tagebücher. Von Freddy, das kennen wir bereits. Hier haben wir noch Emil. 20. August. Wir sind noch einen weiteren Tag marschiert. Heute haben wir zum ersten Mal Geschützfeuer gehört. Ich will nicht töten müssen. Ich muss aufhören, darüber nachzudenken und etwas Schlaf bekommen. Also das war die Ruhe noch vor einem großen Sturm. Wir wissen bereits, Emil, angeschossen und in Gefangenschaft geraten. 24. August 1914 Dieser Brief hat mir so einen Schrecken eingejagt. Unser armer Vater. Er wurde verwundert und ist in die Gefangenschaft der Deutschen geraten. Ich weiß nicht, ob seine Verwundung ernst ist und er gut gepflegt wird. Man hat mir berichtet, dass Gefangene Briefe erhalten dürfen. Morgen werde ich ihm schreiben. Natürlich verzweifelt. Zuhause zurückgelassen. Post erhalten, dass der Vater verwundet und gefangen genommen wurde. War eine harte Zeit. Keine einfache Zeit, natürlich. Hier kommen wir nicht durch. Doch, jawohl. Alles klar. Durchstacheldart. Im Hintergrund noch Dörfer. Hier haben wir einen Schutt. Den können wir natürlich zerstören. Freddy ist ja mit Muskeln gepackt. Schon wieder ein neues Tagebuch. Das kennen wir aber schon. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Okay. Weiter geht's. Nächster Stacheldraht. Hier also wieder durchtrennen. Und schon. Und weiter geht's. Wir bewaffnen mit einer Granate. Und da fallen schon wieder die ersten Kollegen. Hier müssen wir wahrscheinlich reintreffen. Jawohl. Guter Schuss. Da unten haben wir noch etwas gefunden. Oh. Nein. Das war jetzt ziemlich doof. Ich wollte unten den Gegenstand noch holen. In der Schlacht an der Marne fand Freddy schließlich eine Spur des Regiments. Ich wollte den Gegenstand noch holen. Und da kam der Wagen dann gerollt. Und. Tja. Das ist uns bereits wieder erwischt. Also. Der Start dann. Dahingehend nicht allzu gut gelungen bisher. Aber wir können das ja wieder nochmals regeln. Weiter geht's. Wir starten neu. Und diesmal wird es klappen. Durch den Schutt. Jawohl. Tagebuch kennen wir. Wir wieder den Stacheldraht der Deutschen durchtrennen. Jawohl. Hier holen wir aber zuerst diesen Gegenstand. Den wollte ich eigentlich vorhin schon holen. Was haben wir denn da? Knopf einer französischen Uniform. Der lange blaue Mandel der französischen Armee war mit goldenen Knöpfen versehen. Während die Soldaten an der Armee bereits feldgrau trugen, machten die auffälligen Uniformen der Franzosen mit ihren glänzenden Knöpfen und den roten Hosen die Soldaten an der Front zu einem leichten Ziel. Welch eine Ironie hier. Und weiter geht's. Das kennen wir ja. Das sind also auch Facetten des Krieges. Auffällige Uniformen, die zu Tod führten. Nehmen wir nochmal eine Granate mit. Und hier können wir doch. Alles klar. Hier wieder Stacheldraht, den wir durchtrennen können. Jawohl. Räumen wir den Weg frei. Und weiter geht's. Hier auch schon die ersten toten Deutschen. Ein Grab. Hinten das Dorf in Schutt und Asche. Alles voller Rauch. Und wir müssen wieder nach vorne preschen. Wir müssen angreifen. Hier wieder ein Maschinengewehr. Weg da. Weg da, Junge. Weg da. Nein. Da müssen wir also hochschießen. Oh, die Leiter ist unten. Und jetzt los geht's. Der deutsche Fritz schießt natürlich blind links. Wir marschieren oben weiter. Mit dem Ziegelstein. Wir wechseln die Granate mit dem Ziegelstein. Der schaut direkt in unsere Richtung. Was können wir denn jetzt? Den Ziegelstein werfen. Was können wir denn hier erlegen? Oder ablenken? Geht das? Ihn abzulenken? Jawohl. Das geht. Sofort runter jetzt. Komm schon. Erledigen ihn. Jawohl. Weiter geht's. Dazu wahrscheinlich wieder die Granate benötigt. Ach nein. Da können wir runter. Da können wir runter. Und die Brücke ist schon voller Dynamit. Hier haben wir wieder einen Gegenstand. Was haben wir denn hier? Detailkarte. Die Soldaten kommen sich damals noch nicht auf Satellitennavigation auf ihrem Weg durch die Wälder verlassen. Denn die einzelnen Werkzeuge, über die sie verwügten, waren ein Kompass und eine detaillierte Karte. Orientierungsaufgaben waren den Offizieren und Unteroffizieren vorbehalten. Das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Aber da war es natürlich keine Unterstützung von Computern und so weiter. Hier das Dynamit. Fehlen das Dynamit. Jawohl. Und ich denke, was das bedeutet, ist uns allen klar. Sprengen wir die Bude weg. Komm schon. Was ist denn? So geht das nicht. Jawohl. Und der Deutsche muss flüchten. Jawohl. Erste Ziel erreicht, würde ich sagen. Total zerstört natürlich die Brücke. Ein neuer Zeitungsbericht. Die Schlacht an der Mahne. Ich hoffe, ich nenne diese Begriffe, also die Namen immer richtig. Keine Ahnung. Nach seinem Rückzug im August gelang es dem französischen Heer, sich neu zu formieren und den deutschen Truppen entgegenzutreten. Am 6. September begann die französisch-britische Gegneroffensive und zwang die deutschen Armeen in der Schlacht an der Mahne, sich nach Norden zurückzuziehen. Damit war der nach dem Grafen von Schliffen, schliefen, 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 keine Ahnung, schliefen, benannte deutsche Angriffsplan gescheitert und der Fall von Paris abgewendet. Ab Dezember verfestigte sich die Front und der blutige Grabenkrieg begann. Damit wissen wir auch schon bereits, was auf uns zukommt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir noch in den Graben treten werden. Was ja symbolisch für den Ersten Weltkrieg ist. Hier müssen wir wieder hoch. Jawohl. Hier geht's hoch, jawohl. Hier können wir wieder eine neue Granate aufnehmen. Sind wir aber bereits versorgt. Und ich denke mal hier unten reinwerfen zum Dynamit. Jawohl. Weiter kann's gehen. Überall tote Leichen im Hintergrund. Brennende Ruinen. Französische Soldaten, deutsche Soldaten. Also der Krieg ist schon grausam. Egal auf welcher Seite man steht, Krieg bleibt Krieg. Wir haben jetzt einen Ziegelstein. Können wir hier die Leiter runterschießen. Jawohl. Und hoch geht's. Und immer weiter fahren. Da haben wir wieder ein Geschütz da vorne. Und da haben wir den ersten Graben, den ich sehe. Oh, 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 oh. Sofort in Deckung gehen jetzt. Jawohl. Schön in Deckung bleiben. Der muss nachladen. Wir warten, bis die Feuersalden zu Ende sind. Und jetzt geht's hoch. Hier durchtrennen. Komm schon, komm schon. Wir müssen uns beeilen, natürlich. Und weiter in den nächsten Graben. Jawohl. Hier noch aufmunitionieren. Und wieder in Deckung bringen. Jawohl. Hier oben reinschießen, denke ich mal. Jawohl. Dann haben wir zweigeschossen. Der Deutsche reagiert natürlich keineswegs darauf. Na gut. Dann ein Geschenk von uns. Und da muss er wieder fliehen. Und wir schießen uns den Weg frei. Weiter kann's gehen. Wieder eine MG ausgeschaltet. Jawohl. Jawohl. Wir müssen vorbrechen. Klar. Was haben wir hier? Die Maschinengewehre. Die Maschinengewehre stehen exemplarisch für die Bedeutung des technischen Fortschritts während des Ersten Weltkriegs. Zu Kriegsbeginn verfügte jedes Infanterieregiment über eine Maschinengewehrkompanie mit jeweils sechs MG's. Zunächst waren die MG's zu schwer, um der Infanterie folgen zu können. Doch im Laufe des Krieges wurden leichtere Varianten entwickelt. Mit ihrer enormen Feuerkraft, 400 bis 500 Schuss pro Minute, machten sie die im Krieg bisher so wichtige Kavalerie praktisch bedeutungslos. Zu Beginn des Krieges wurden Maschinengewehre hauptsächlich von der deutschen Armee eingesetzt. Ja, auch das hier ein Zeichen. Jawohl. Und hier haben wir den deutschen Baron wieder. Man merkt natürlich, dass wir jetzt kommen und flieht. Flieht der? Der Angsthase. Ist ja klar, dass der Deutsche wieder flieht hier. Wieder in Deckung gehen. Was ich vorhin sagen wollte. Etwas Positives, wenn man überhaupt etwas Positives nennen kann im Krieg, ist natürlich die Entwicklung. Obwohl natürlich... Oh, und jetzt... Was passiert jetzt? Oh mein Gott. Der Rückweg wieder versperrt. Wenn man überhaupt von positiv reden kann, denn auch die entwickelten Technologien sind ja nicht gerade für einen guten Zweck eingesetzt. Können wir das hier noch aufheben? Und jetzt geht es dann aufheben. Okay. Vielen Dank.